Wo waren Sie, verdammt? Sie sind nie da, wo ich Sie brauche. Und das bilde ich mir nicht ein. Wohin verschwinden Sie jeden Tag? Auf die Toilette, Sir. Auf die Toilette. Auf die verdammte Toilette. 40 Minuten jeden Tag. Was treiben Sie da? Uns läuft die Zeit davon. Ich habe auch Sie vertraut. Es gibt hier keine Toilette für mich. Was meinen Sie damit, hier gibt es keine Toilette für Sie? Hier gibt es keine Toilette. Es gibt hier keine Toilette für Farbige in diesem Gebäude oder sonst einem Gebäude außerhalb des Westcampus, der eine halbe Meile entfernt ist. Wussten Sie das? Ich musste bis nach Timbuktu laufen, nur um mich zu erleichtern. Und ich darf keins der Fahrräder benutzen. Können Sie sich das vorstellen? Meine Dienstkleidung. Rock, aber kniebedeckt. Absätze hoch. Und dazu eine schlichte Perlenkette. Nur besitze ich keine Perlen, weil ihr den Farbigen nicht genug Zeit, damit sie sich Perlen leisten können. Und ich schufte wie ein Hund. Tag und Nacht. Und lebe von Kaffee aus einer Kanne, die keiner von euch anfassen will. Also, entschuldigen Sie bitte, wenn ich mehrmals am Tag zur Toilette gehen muss. und ich schufe, wenn ich mich nicht mehr so lange, wenn ich mich nicht mehr so lange, wenn ich mich nicht mehr so lange,